Ich lerne Deutsch. Nummer 9271 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das ist die richtige Brille für dich. Sie steht dir. Du solltest sie kaufen. Das ist die richtige Brille für dich. Sie steht dir. Du solltest sie kaufen. Das ist die richtige Brille für dich. Sie steht dir. Du solltest sie kaufen. Ich mache meine eigene Kosmetik. Das habe ich an einer Volkshochschule gelernt. Ich mache meine eigene Kosmetik. Das habe ich an einer Volkshochschule gelernt. Ich mache meine eigene Kosmetik. Das habe ich an einer Volkshochschule gelernt. Kopfüber sieht die Welt völlig anders aus. Ich kann alles aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Kopfüber sieht die Welt völlig anders aus. Ich kann alles aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Ich kann alles aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Brot ist in vielen Kulturen ein Grundnahrungsmittel und wird seit Jahrhunderten hergestellt. Brot ist in vielen Kulturen ein Grundnahrungsmittel und wird seit Jahrhunderten hergestellt. Die Influencerin Julia teilt regelmäßig ihre persönlichen Erfahrungen aus verschiedenen Lebenssituationen. Die Influencerin Julia teilt regelmäßig ihre persönlichen Erfahrungen aus verschiedenen Lebenssituationen. Hat jemand von euch Hunger auf Pfannkuchen? Es sind genug dafür alle. Magst du frische Radieschen aus unserem Garten? Magst du frische Radieschen aus unserem Garten? Magst du frische Radieschen aus unserem Garten? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann? Magst du frische Radieschen aus unserem Garten?